was geht ab hier zurück zu let's play minecraft live in the woods oder live in the woods egal so die heutige folge steht jetzt nicht ganz in dem fokus was ich gebaut habe sondern sondern eher was ich bauen werde das liegt jetzt auch nicht zuletzt daran dass ich jetzt die woche auch nicht gezockt habe habe ich auch nichts gebaut aber naja mir gehen auch wirklich langsam die ideen aus was ich machen könnte deswegen kann man ja mal ein bisschen zuschauerbeteiligung anfordern mal sagen zum beispiel jetzt hier würde ich eine treppe bauen oder so nach unten und vielleicht eine brücke herüber aber was ich dann drüben auf den berg bauen könnte hier rein noch bauen könnte wenn ich durch grab oder hier ob ich hier rein sitze was haben wir denn noch so schönes ob das noch irgendwie anders bauen und vor allem was man denn dann da unten so machen zum tal na gut fest steht erstmal erstmal die farm zu ende bauen muss früher oder später da führt ja kein weg dran vorbei wie das funktioniert weiß ich immer noch nicht und wie das mal wächst vor allen dingen ist ja noch wichtiger weil hier wächst überhaupt nichts im normalfall waren die ja dann bunt aber sind ja gar nicht mehr bunt was mache ich denn mit der scheiße es ist ja schlimm na also dann halt noch hier hochzimmern die decke draufzimmern ein krach hier ohne scheiß das macht mich alle was soll das wenn ich jetzt abbau das ist aber auch im wachs wachs wuchs stadium 5 wenn ich jetzt mit einer schere abbau wenn aber das nur eins wenn ich gerne mit der schere abgebaut haben dann wurden das mehr hier zum beispiel und jetzt mehr so noch mehr da machen die alle zum wuchs stadium 5 müsstest ja eigentlich die neuen aber auch wieder mehr bekommen ja nicht so richtig na gut das anscheinend gibt es mit der zeit dann mehr raus ich brauche wahrscheinlich dann irgend so eine presse oder irgendwas wo ich das durch jagen kann wo ich dann nahrung rauskriege kommt das hier rein sind ja zwei viecher jetzt und was machen die denn hier meine hut ja was ich denn hier noch einsetzen könnte oder ob das halt nur lager bleibt das ist noch so viel und unsere mine unsere schöne na sonst haben wir noch nicht so viel gebaut wie gesagt man kann ja mal ein bisschen zuschauerbeteiligung anfordern was man ja so machen kann man kann natürlich auch noch was hier im tal bauen wir können auf dem weg hier was bauen irgendwas kann alles machen aus minecraft hier darf man alles kann man alles ihr macht mal alles ne ist schön haus oder hier auf dem berg noch was bauen die schöne spitze zu bauen hier unten da mal meine form noch irgendwas machen gut sonst war es das eigentlich und können heute noch viel mehr machen aussicht genießen ins tal also bäume davor scheiße stimmt von hier sieht man gar nicht die häuser da unten super verdeckt wenn du so eines tages aufwachst hier oben in der hütte gehst du ans fenster denkst du bist hier alleine dann gehst du runter sind noch mehr hütten dann guckst du aber du dann guckst du keine fackeln na rucksack bestimmt auch nicht da ist auch nichts drin dass auch nichts drin na gut als ausleichten können was natürlich auch erstmal das wäre natürlich auch eine idee oder Kohle ne alles alle ich glaube meine gehen müsste ich auch langsam mal na gut also schreibt einfach mal hin was ich tun könnte was ich tun soll dann mache ich vielleicht die Woche auch mal wieder was dann kommt dann wieder eine richtige Folge let's play Minecraft live in the woods